Herzlich Willkommen Freunde der guten Unterhaltung. Heute zu einer kleinen Ankündigung. Ja, der Quirt und ich haben gerade beschlossen, dass wir eine normale Community Montage machen wollen. Und ja, wir wollen ja bereits eine Eliten Community Montage machen. Allerdings dauert das eine Weile, weil halt nicht jeder Eliten Clips hat und die auch nicht so leicht zu erspielen sind. Und ja, deswegen dauert das ein bisschen länger. Aber wir haben richtig Bock eine Montage zu machen und deswegen wollen wir eine normale Community Montage machen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen euch! Und ja, es wäre sehr geil, wenn ihr oder einige von euch Clips hätten, die sie uns zur Verfügung stellen und die doch uns schicken könnten. Dafür ladet ihr die einfach in euer FileShare hoch und schickt uns eine Nachricht. In der Nachricht soll dann stehen, welcher Clip es ist, damit wir auch wissen, welchen Clip ihr denn meint, falls ihr mehrere Sachen in eurem FileShare habt. Und ja, dann laden wir uns die runter, schauen uns die an und mit hoher Wahrscheinlichkeit sind sie dann auch dabei. Ja, und wir wollen halt eine Community Montage machen. Was genau da drin dann so vorkommt, wissen wir noch nicht, das hängt ja auch von euren Clips ab. Aber darum soll es doch gar nicht gehen, es soll nur nur kurz ankündigen sollen. Also schickt einen Clip oder mehrere Clips, wäre geil, an einen der folgenden Gamertags. Und ja, ich würde auch die anderen Halo-Kommentatoren bitten, falls die hier zuschauen, vielleicht dieses Video hier nochmal auf dem Channel hochzuladen. Ich stelle einen Download-Link in die Beschreibung, damit das ein bisschen bekannter wird und damit möglichst viele Clips schicken und wir eine coole Community Montage draus machen können. Genaue Infos zu dem Projekt kommen dann bald noch. Und ja, das war es auch schon. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschau. Grüß. Grüß Grüß Grüß